Oh Herr, ich habe eine ziemlich kahle Platte. Ja, ich bin jetzt nicht querschnittgelähmt im Rollstuhl. Hätte gerne einen schöneren Bauch und schönere Füße auch. Nur, kann man das sogar mehr hassen, weil was da geschehen ist, um das Umwort zu verwenden, ob ich es bin. Es kann politisch auch gewesen sein, warum ich diese Schäden habe. Es kann, um das Umwort zu verwenden, politisch auch gewesen sein, warum ich diese Schäden habe.